ARTEM Wo hast du fahren gelernt? Das könnte ich auch gerne Ich hab grad über dieses Ding Frag mal nach Der hat ja 20.000 gegeben So hat man's auftragen 100, 120 Jetzt lagst du damit? Nee, nee Du fährst immer wieder über den gleichen Nee, ich lagge nicht Ich lagge nicht Ist ja noch epischer Ist ja noch epischer als ein Ander 2 Mein controller vibriert Warum vibriert mein scheiß Controller? Naja, frag mal den Busch, den du schon zum 18. Mal verfahren hast Fick dich Busch Oh Gott Oh Gott, was war das denn bitte? Machst du mal vielleicht die Sitzheizung an hier? Gebt nicht für dich Ja, ich seh grad bei dir 7 Grad, bei mir 2 Ja, what the fuck Gleichberechtigung Guck doch auf hier vorne Ja, gib mir doch Ich und ich Wo hast denn du fahren gelernt? Mein Kollege Was machst du da? Wir sind zweig Du fährst auf einem Reifen Wie machst du das? Ich bin da gegen die Wand gefahren, jetzt fahr ich da die ganze Zeit mit einem Reifen Nein Das würde ich auch gerne Ich versuch's auch mal Niko, hast du noch ein paar Dollar dabei? Ich hab leider keine mehr Ja, warte, ich muss noch meine Bestellung korrigieren Also, Cat Gant meine übliche Bestellung war, das heißt 40 Chicken, Chicken Nuggets, 3 McRibs, 5 mal Pommes Deine übliche Bestellung war Ketchup Heißmaul Und dazu ne Diät Cola, man muss ja auf die Linie achten Bälle und 500 hast du jetzt genommen Okay, gut, dann Komm Mike, wir gehen zum Äh Jörg den Und was machst du denn hier, Kollege? Franco, rein hier! Los! Ah, guck mal! Komm Mike, wir gehen zur Garage Los! Jo Nehmen wir unseren Aber denkt ja an, dass die Bar Auf uns wartet auch bei der Copper-Boot zu sehen Ja Wir haben keine Copper-Lizenz Ja Weil jetzt alles müssen richtig dumm gelaufen Ja, passiert Ja Ja Oh Gott, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja Oh Gott, Vorsicht, Mike Leck in der Wagen Vorsicht 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 So Geht immer das Geht aus, Mike Komm, lass mit mal Da müsste man Da müsste man jetzt durchfahren Ne, einmal quer durch Okay, warte, ich Äh, Unlock Was ist denn hier los heute? Warte, vor unseren raus, warte Warte Mach laut Gatwick Okay Moment Und Seid ich da mal durchfahren, hab ich dir ein laufendes Officer Da ist jemand reingefallen Ich fänd's lustig Ich fänd's lustig Ich fänd mich auch noch Junge, als der jetzt hier mich behindert 1,3 Warte, ich mach ihn doch Warte, ich mach auf Warte, ich mach auf Oh mein Gott Ja Lol WTF 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 Ich feiere das? Was denn? Bei mir rutscht du grad durch die Wand und lass uns noch in die Fröer fahren Könntest du mich bitte freilassen? Hallo Hallo Mein Pflügbar Kannst du mich bitte freilassen? Ich kann nicht reden, Alter Verhaftet ihn einfach kurz und gebt ihm denn ein Ticket über einen Dollar oder was weiß ich halt Ja, ich kann 1 Dollar gar nicht bezahlen. Ja, ne, um ihn von der Wanted-Liste runterzunehmen, gibt's ihm sonst 1 Dollar. Ja, oder mach du halt. Ach so, sehr gut, okay. Sag mal denen, bis du willst. Ja, ja. Gib mir mal 1 Dollar bitte. Dein Ernst? Ja! Das meinst du jetzt nicht ernst? Ich hab keinen Dollar erfahren! Jetzt? So, jetzt hast du einen Dollar. Jetzt hier einfach Send-Ticket oder was da steht da. Ich will schwimmen! Und du, es war zu flach. Guck mal, was los! Nein, also sie brauchen Paul auch einen Geisel. Aber die wollten meistens, dass du eine Geisel rausschickst und dann oben nochmal eine. Naja, okay. Paul, dann musst du leider auch eine Geisel sein. Tut mir leid. Ich will aber keine Geisel sein. Halt's Maul, ich krieg nicht mal eine Sitzheizung, soll doch nicht zufrieden gehen. Ja, okay. Ja. 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 Ja.